Der People Award 2010 in der Kategorie Newcomer geht an den Mitbegründer der Firma Amiando, Marc Bernecker. Ich habe mich mit Zwengsky schon mit einer Internetfirma selbstständig gemacht, Ausgang.ch und jetzt seit rund vier Jahren in München mit der Amiando weitere Internetfirma aufbauen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Aktivität als Unternehmertag täglich herausfordernd und mit vielen positiven Ereignissen verknüpft ist. Wenn man es auf ein einzelnes Ereignis runterbrechen will, ist sicher damals der Verkauf von Ausgang.ch Axel Springer eines der Highlights gewesen, auch als Erfolgsstempel gegen aussen. Aus meiner Sicht ist der Schweizer ICT-Platz schon sehr gut ausgerüstet und auch im globalen Wettbewerb gut aufgestellt. Für die Schweizer ICT-Szene sehe ich immer noch enormes Potenzial, indem man gerade sehr junge Unternehmen in der frühen Phase noch stärker mit Kapitalgebern zusammenbringt, damit auch Ideen, die in der ganzen Anfangsphase sind, sich konkret in die Realität umsetzen können. Der Gewinn vom Swiss ICT People Award hat mich natürlich sehr gefreut und ich hoffe, dass das auch weitere junge Unternehmen motivieren, ihren Weg zu finden und eine erfolgreiche Unternehmung auf dem Platz Schweiz zum Erfolg zu bringen.